Sie sind hier, 6. Januar 2019, 11.41 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Roman Bürki steht der Nati in diesem Jahr nicht zur Verfügung, Urheberrecht Getty Images Roman Bürki wird in diesem Jahr nicht für die Schweiz spielen. Der BVB-Profi betont, es sei keine Entscheidung gegen die Nationalmannschaft. Torhüter Roman Bürki von Herbstmeister Borussia Dortmund steht der Schweizer Nationalmannschaft zumindest in diesem Jahr nicht zur Verfügung, es war mir immer eine echte Herzensangelegenheit und eine große Ehre, für mein Heimatland aufzulaufen, wird der 28-Jährige auf der BVB-Homepage zitiert. Daher sei seine Entscheidung, bis auf weiteres, zumindest aber im EM-Qualifikationsjahr 2019 nicht für die Schweizer Auswahl zu spielen, auch keine gegen das Nationalteam, sondern eine für einen verstärkten Fokus auf den BVB und meine Gesundheit, Bürki hat neun Länderspiele bestritten. Über seine Entscheidung hatte der Schlussmann-Trainer Vladimir Petkovic bereits vor mehreren Wochen unterrichtet. Sollte allerdings ein kurzfristiger Engpass entstehen, würde Bürki zur Verfügung stehen. Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF für funk, 2017